Hallo bei Phil's Philosophy. Die Entdeckung des Selbst als Teil der Vernunft bei Kierkegaard eine erste von zwei Folgen. Was ist gemeint damit, die Entdeckung des Selbst? Ich wähle einen anschaulichen Einstieg, und zwar aus einem Roman von Walker Percy, einem Arzt, der sich während einer Tuberkulose-Erkrankung mit Kierkegaard beschäftigt hatte und dann beschloss, Schriftsteller zu werden. Der Text klingt fast autobiografisch. Der 30-jährige Held des Romans denkt über die verschiedenen Formen der Suche nach, die sein Leben bisher bestimmt haben. Er schreibt, bis vor einigen Jahren habe ich nur grundlegende Bücher gelesen, das heißt Schlüsselbücher zu Schlüsselthemen wie Krieg und Frieden, den Roman der Romane, Tolstoi, A Study of History, Die Lösung des Problems der Zeit, Schrödingers Buch, Was ist Leben, Einsteins Buch, das Universum, wie ich es sehe und dergleichen. Während dieser Zeit stand ich außerhalb des Universums und versuchte, es zu verstehen. Ich lebte in meinem Zimmer als irgendwer, der irgendwo lebte. Ich las grundlegende Bücher und wenn ich Spaziergänge machte, dann nur, um mir Zeit zu vertreiben zur Zerstreuung. Das Haupterlebnis bei dieser Beschäftigung, die ich meine vertikale Suche nenne, hatte ich eines Nachts, als ich in einem Hotelzimmer in Birmingham ein Buch mit dem Titel Die Chemie des Lebens las. Als ich es beendet hatte, schien mir, dass die großen Ziele meiner Suche erreicht oder im Prinzip erreichbar seien. Das war eine denkwürdige Nacht. Die einzige Schwierigkeit, das Universum war geordnet und ich war übrig geblieben. Da lag ich im Hotelzimmer, am Ende meiner Suche, meiner erfolgreichen Suche, aber immer noch verpflichtet, einen Atemzug zu tun und dann den nächsten. Jetzt aber betreibe ich eine andere Suche, eine horizontale. Folglich ist weniger wichtig, was in meinem Zimmer geschieht. Wichtig ist, was ich finde, wenn ich mein Zimmer verlasse und in die Umgebung aufbreche und eigene Erfahrungen mache. Was ist damit gemeint? Die Entdeckung des Selbst. Wir versuchen das zu verstehen durch die Differenzierung in vertikale und horizontale Sinnsuche. Die vertikale Suche, also das Lesen von Büchern, schlägt sozusagen dialektisch um in die horizontale Suche oder man kann auch sagen, sie wird aufgehoben in der horizontalen Suche. Was ist damit gemeint? Vertikale Suche, Wissen, Bücher lesen, wissenschaftliche Theorien, Modelle, Konzepte, Weltanschauungen. Dieses Wissen wird mitgenommen, wird aber auch überschritten, transzendiert in das persönliche Erfahren. Was denke ich selbst vor dem Hintergrund meiner individuellen Erfahrungen und vor dem Hintergrund meines Wissens? Wissen, das heißt horizontale Suche, von außen auf die Welt schauen und auf uns selbst, das ist die dritte Person Perspektive, er, sie, es. Hingegen horizontale Suche, von innen auf die Welt und auf uns selbst schauen, das ist die Perspektive der ersten Person, ich selbst. Vertikale Suche, in dieser Perspektive bin ich irgendwer, mein Denken orientiert sich nur an Objektivem, nicht an der individuellen Existenz. Während die horizontale Suche, in dieser Perspektive bin ich verantwortlich dafür, auf welche Weise ich existiere, für was ich stehe, wer ich sein möchte. In der vertikalen Suche oder in der dritten Personenperspektive auf die Welt frage ich, wie kann ich helfen, das objektive Wissen über die Welt zu vermehren? Oder ich kann aber andererseits fragen, wie kann ich mein eigenstes finden, durch meine eigenen Erfahrungen, und wie kann ich dieses Eigenste der Welt schenken? Der zweite Schritt, Kierkegaards Entdeckung des Selbst, jetzt vor dem Hintergrund dessen, was der Roman uns vorgeführt hat. Kierkegaard war ein Vater der Existenzphilosophie, er beschreibt zunächst, wie schlecht es uns geht, wenn wir in unserem Leben nicht zu unserem Selbst oder zu uns selbst kommen. Zwei Möglichkeiten für diesen Selbstverlust. Erstens, das passiert, wenn wir ersticken daran, dass es für uns nur Notwendigkeit oder Endlichkeit gibt. Alles ist dann festgelegt darauf, wie es schon immer war. Wir können nichts Eigenes und nichts Neues machen, dann brauchen wir mehr Möglichkeit. Das ist die Heilung dafür. Kierkegaard schreibt, dass selbst eines solchen Menschen, der also in Notwendigkeit erstickt, vermag nicht zu atmen, denn es ist unmöglich, einzig und allein das Notwendige, zum Beispiel die Konvention, zu atmen, welches rein und bloß des Menschen selbst erstickt. Die Möglichkeit ist jetzt das eine, was rettet. Wenn einer ohnmächtig wird, ruft man nach Wasser oder Kolonie oder Hoffmannstropfen. Wenn aber einer verzweifelt und auf diese Weise erstickt, so heißt es, schafft Möglichkeit, schafft Möglichkeit, denn ohne Möglichkeit kann ein Mensch gleichsam keine Luft bekommen und auch sich dann verfehlen. Und Kierkegaard hat noch eine zweite Möglichkeit, sich selbst zu verfehlen, sich nicht zu finden oder wir kommen nicht zu uns selbst, weil das Gegenteil geschieht, weil wir uns verlieren in abstrakter Möglichkeit oder in Unendlichkeit und nichts von all den schönen möglichen Dingen wirklich realisieren. Dann brauchen wir mehr Konkretheit, mehr Wirklichkeit, mehr Endlichkeit, um wir selbst zu werden. Er schreibt, die Möglichkeit erscheint so dem Selbst größer und größer, wenn es sich darin verliert. Mehr und mehr wird möglich, weil nichts wirklich wird. Zuletzt ist es, als ob alles möglich wäre, aber eben dies geschieht, wenn der Abgrund des vielen Möglichen das Selbst verschlungen hat. Es zappelt sich müde in der Möglichkeit, woran es jetzt mangelt, ist eigentlich die Kraft, sich zu beugen unter das Notwendige im eigenen Selbst, unter das, was man die eigene Grenze nennen muss. Jetzt fassen wir noch einmal zusammen Kierkegaards Hinweis auf die Möglichkeit, sich selbst zu verlieren oder gar nicht erst zu finden. Die eine Möglichkeit bestand darin, zu viel Notwendigkeit, dann brauchen wir mehr Möglichkeiten. Ein Beispiel, wenn unsere Eltern alles für uns entscheiden, wenn wir ihnen in allem folgen, dann gilt, erst wenn wir unsere eigenen Wege gehen, entdecken wir uns selbst. Ein anderes Beispiel, wenn wir meinen, in unserem Leben wiederholt sich alles und es kommt nichts Neues mehr, dann gilt, erst wenn wir das Unmögliche wagen, gehen neue Türen auf. Die zweite Möglichkeit, sein Selbst gar nicht erst zu finden, ist, wenn zu viel Möglichkeit besteht, dann brauchen wir mehr Konkretheit. Beispiel, wenn wir nur davon träumen, was in unserem Leben alles möglich sein könnte, dann gilt, erst wenn wir etwas davon auch wirklich machen. Und ausprobieren wird, ist wirklich spannend. Anderes Beispiel, wenn wir ständig ängstlich fantasieren, was Schlimmes passieren wird, dann gilt, erst wenn wir im Hier und Jetzt konkret handeln, werden wir wieder ruhiger. Im Roman hieß das, das Zimmer verlassen und eigene Erfahrungen machen. Und Kierkegaard würde sagen, in unserem Leben nicht uns selbst verlieren, sondern uns selbst finden. Man könnte also sagen, ohne unser Selbst fehlt etwas Zentrales und Wesentliches. Wichtig für diese Folge ist jetzt aber der Satz, keine Erkenntnis ohne Selbsterkenntnis. Was ist damit gemeint? Kierkegaard fordert, dass all unser Wissen und Nachdenken immer auch zur Erkenntnisentwicklung und Entwicklung unserer Selbst beiträgt. Er schreibt, dass das steigende Maß der Erkenntnis, dem Maß der Selbsterkenntnis entspricht, dass das Selbst, je mehr es erkennt, umso mehr sich selber erkennt. Er geschieht dies nicht, so wird all unser Wissen, all unser Denken, all unsere Erkenntnis, je mehr sie steigt, umso mehr eine Art unmenschlichen Erkennens, an dessen Zustandekommen, das Selbst des Menschen verschwendet wird. Ungefähr ebenso, wie wenn Menschen verschwendet worden sind, um Pyramiden zu bauen. All unser Wissen, Nachdenken, Erkennen soll zu unserer Selbstwerdung beitragen, soll uns im starken Sinn des Wortes bilden, also verändern, hervorbringen, bilden. Unser Wissen soll nicht abstrakt bleiben, sondern es soll konkret werden, wer bin ich, wer will ich sein. Der junge Mann im Roman erkennt, das Universum war geordnet und ich oder mein Selbst war übrig geblieben. Um wirklich weiterzukommen, muss ich mein Zimmer verlassen und Selbsterfahrungen machen und dann Wissen und Erfahrungen, vertikale und horizontale Suche zusammenbringen. Was würde uns Kierkegaard raten können im Sinne einer Take-Home-Message? Versucht mal, in eurem Leben auf euer Selbst überhaupt aufmerksam zu werden. Wenn euer Leben von Notwendigkeit beherrscht wird, wenn alles in Konventionen erstickt, dann fehlt das Neue, das Eigene, ihr selbst fehlt. Wenn euer Leben von Möglichkeit beherrscht wird, wenn alles sich auflöst in Optionen, dann fehlt das Konkrete, das Wirkliche, ihr selbst fehlt. Und zweitens, versucht mal in euren Erkenntnissen und auf euer Selbst aufmerksam zu werden. Wenn euer Wissen, eure Bildung abstrakt bleibt und nichts mit euch zu tun hat, dann fehlt etwas Wichtiges, wie wenn ein Theaterstück zwar geschrieben ist, in der Schublade liegt, aber nie aufgeführt wird. Euer Denken und Wissen wird erst auf der Bühne eurer Erfahrungen lebendig. Vorher ist es unverständlich. Es scheint komplett, doch es fehlt etwas, nämlich ihr selbst. Die Entdeckung des Selbst bei Kierkegaard eine erste Folge. Ich habe versucht, euch einige Aspekte zu erläutern. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.